Hallo, hier ist der Jürgen vom YouTube-Kanal der Goldwäscher. Dieses Video wird eine Videoantwort von Frederik vom YouTube-Kanal Prana120. Der Frederik hat seine ersten 100 Abonnenten. Frederik, dir dazu herzlichen Glückwunsch. Und in diesem Rahmen machst du ja so eine Giveaway-Aktion, wo wir drei Messer vorstellen sollen, die wir bei einem Wohnungsbrand, wenn wir noch Platz für drei Messer in der Hosentasche hätten, retten würden. Hm, drei Messer, dachte ich, ist schon ein bisschen wenig. Also mir täte es, glaube ich, schon um das ein oder andere Messer leid, wenn das verbrennen würde. Das täte mir, glaube ich, echt weh. Wobei, man muss sich einfach auch mal auf das Wesentliche besinnen. Und es war eigentlich eine ganz gute Anregung für mich, sich mal Gedanken zu machen, welche Messer einem denn wirklich was wert sind. Weil, wenn man mal ehrlich ist, es gibt doch viele Messer, die könnte man, ähm, ja, einfach wieder, wenn man ein bisschen Geld hinlegt, sich wieder beschaffen. Wobei es andere Messer gibt, die haben einfach einen sehr hohen ideellen Wert vor allem, weil sie halt schon von, äh, ja, von Leuten wie meinem Opa oder Uropa benutzt wurden, die sind einfach unbezahlbar, weil da, wie gesagt, so eine Geschichte drinsteckt und so einen, für mich so einen hohen ideellen Wert haben, dass man die einfach gar nicht mehr ersetzen könnte. Ähm, als ich die Messer dann so aufgereiht habe, war mir dann eigentlich ganz klar, die zwei oberen Messer, die gehören zu dieser Kategorie, äh, und das untere habe ich dann auch hingelegt bei Opa, das ist ein Messer von mir und da bin ich sehr stark zwischen dem unteren Messer, das ist ein Böker Plus Episender und einem anderen Messer von mir und zwar, das ist ein Victorinox, äh, Damaskus Limited Edition, äh, welches mir auch von der Form her super gut gefällt. Die Damasklinge ist schon super schön, ähm, habe mich dann aber gegen dieses Messer entschieden und für das untere Messer. Warum, das erzähle ich euch jetzt nachher. Jetzt fangen wir erstmal ganz oben an. Das obere Messer ist, wie gesagt, von meinem Uropa, der Jäger war und sich das Messer selber gebaut hat. Äh, die Klinge ist eine Gustalklinge, die er in Solingen bestellt hat. Bei welchem Hersteller weiß ich nicht, ähm, und als Griff dient ein Rehbock-Geweih, den Rehbock hat er selber erlegt und die Scheide hat er auch selber zusammengebaut. Ähm, das Messer ist noch nicht restauriert, möchte ich aber noch machen lassen, weil sich das mein Vater so wünscht und dem Gefallen tue ich ihm auch. Das mittlere Messer ist ein Messer von meinem Opa, äh, der ebenfalls Jäger war. Und zwar ist das ein Puma-Jagdmesser. Ähm, das, also ich habe das Messer, weil die Klinge doch schon ziemlich, vorne ein ziemlich starker, ähm, Ausbruch hatte. Äh, äh, zu Puma, zum Restaurieren, Aufbereiten geschickt. Puma hatte die Aufgabe, das Messer weitestmöglich mit den bestehenden Teilen zu erhalten. Und nur da, wo es gerne geht, gegen ein neues Teil auszutauschen. Ausgetauscht wurde eigentlich nur die Klinge. Und zwar, die hatte schon ziemlich starkes Klingenspiel, weil mein Vater dann, ähm, das Messer quasi, nachdem es mein Opa nicht mehr benutzt hat, hat er das als Taschenmesser benutzt. Und als dann seine Enkel, also die Kinder von meiner Schwester bei ihm zu Besuch waren, haben wir das dann auch als Taschenmesser benutzt. Und wie gesagt, in dem entsprechend schlechten Zustand war es auch. Äh, Puma sagte, das Messer sei Vorbaujahr 1964. Wobei mein Vater sagt, äh, er hätte das zusammen mit seinem Vater auf der Jagdschussende nach dem Zweiten Weltkrieg benutzt. Ähm, wie gesagt, ausgetauscht wurde nur die Klinge. Ähm, man sieht es auch, die Klinge hat jetzt einen Nagelhau und eine Lasergravur drin. Das hatte die ursprüngliche Klinge nicht. Ähm, ursprünglich war das mal so, die Klinge hatte kein Nagelhau drin. Warum auch immer. Man musste eigentlich immer zuerst die Säge aufmachen, was ein Nagelhau drin hatte. Und dann das Messer rausklappen. Ähm, wie gesagt, die neue Klinge hat einen Nagelhau jetzt schon drin. Ähm, so und jetzt kommen wir mal zu dem Messer von mir. Wie gesagt, da bin ich geschwankt zwischen dem Victorinox, äh, Damaskus Limited Edition, von dem es nur 5000 Stück gab. Es hätte eigentlich auch, wie gesagt, gut in das Gesamtbild passt, mit den Holzgriffschalen. Ähm, habe mich dann aber gegen das Messer entschieden und für das Böker Plus Episender. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, warum das Limited Edition raus und ein Standard-Serienmodell rein. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Das Victorinox Damaskus, von dem Messer gibt es 5000 Stück. Und ich denke, man kann es jederzeit, sag ich mal, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, kann man das Messer nachkaufen. Also es wird heute auch noch zum, zum Kaufen angeboten. Und es gibt auch wieder Leute, die das wieder verkaufen. Und klar, damals hat es, am Anfang hat es, glaube ich, 229 gekostet. In der Zwischenzeit wird es für knapp 300 verkauft. Aber wie gesagt, man könnte es eigentlich, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sich wieder besorgen. Ich täte es mir auch wieder besorgen, keine Frage. Äh, habe mich nur für das Böker Plus Episender entschieden, weil mir das Messer, also steckt da ein, ich war ein Tucken mehr, Emotionalität drin. Ja, das Messer, das hat mich einfach in seinem Band zogen. Es sieht nicht nur super gut aus, es liegt super gut in der Hand. Wenn man ein fehlerfreies Exemplar hat, macht es einfach Spaß, das Messer in der Hand zu haben und damit zu arbeiten. Ähm, bei dem Messer, ja, es ist irgendwie eine Diva. Also, es gab wohl anfänglich ziemlich viele Messer, wo Qualitätsprobleme hatten. Äh, ich zähle die hier jetzt nicht alle auf. Äh, wenn ihr euch da informieren wollt, schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal vom Pagomir oder vom Stefan123321 rein. Die haben da die Probleme super beschrieben. In der Zwischenzeit, äh, sind die Probleme weitestgehend, äh, ausgemerzt, wobei es immer noch in jeder Serie ziemlich starke Qualitätsschwankungen gibt. Und mir, der Daniel, wie gesagt, vom YouTube-Kanal Pagomir, hat mir da dann angeboten, in Solingen, nachdem ich ihn gefragt hatte, ein fehlerfreies Exemplar dort vor Ort im Laden rauszusuchen. Und, ja, es ist einfach eine wahre Pracht, wenn man, wenn man da ein fehlerfreies Exemplar hat, wie schön leichtgängig die Klinge aufgeht. Also, ich muss sagen, ich nutze das Messer nicht nur, äh, zum Arbeiten. Ähm, ich nutze das Messer auch abends, einfach, um es in die Hand zu nehmen, immer auf und zu zu machen und kann mich dabei super gut entspannen. Und, ja, weil es für mich einfach schwierig wäre, wieder so ein tolles Exemplar zu kriegen, äh, habe ich mich für das Böker Plus Epicenter entschieden. So, jetzt, das soll es auch schon gewesen sein. Ich glaube, das wird mein längstes Video, das ich je gedreht habe. Und das zweite Video, in dem ich überhaupt was erzähle. Ich bin eigentlich nicht so der große Redner. Ähm, ja, umso mehr wundert es mich jetzt, wenn ich auf die, auf die Zeitanzeige gucke. Hm, gut, ich hoffe euch, ich habe euch nicht gelangweilt. Ähm, und, ja, bin einfach mal gespannt, was für Messer ihr die anderen noch so vorstellen. Und, ja, bin einfach mal gespannt, Vielen Dank.